Heute beschäftigen wir uns mit der Funktionseinheit Verbinden. Hier geht es um die Frage, wie man alle Komponenten der Ladestation bis hin zum Fahrzeug effizient miteinander verbindet. Damit die anderen Funktionseinheiten überhaupt arbeiten können, müssen Energie und Daten fließen. Dafür wird Verbindungstechnik benötigt, die vielfältige Anforderungen erfüllen muss. Deren Umsetzung hängt oft von unterschiedlichen Rahmenbedingungen ab. So werden Ladestationen zum Beispiel in unterschiedlichen Situationen montiert. Dies beeinflusst die benötigte Gesamtleistung und damit die Querschnitte der Anschlusskabel. Beim Anschluss einer einzelnen AC-Wallbox mit 22 kW genügen rein technisch gesehen 6 Quadrat. Teilweise werden aber auch 16 Quadratleitungen genutzt, entweder weil diese installationsseitig bereits vorliegen oder um Leitungsverluste zu reduzieren. Oder als Reserve für spätere Erweiterungen. Hängen mehrere AC-Ladestationen an einem Netzanschluss, wie zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern, Parkhäusern oder Straßenzügen, so ist ein Anschluss in Reihe, auch Daisy-Chain genannt, sinnvoll, um Vertratungsaufwand zu sparen. Durch die Anzahl der Ladepunkte addiert sich der Leistungsbedarf sehr schnell, sodass hier Leiter größer als 16 Quadrat technisch notwendig werden. In der höchsten Leistungsklasse, der DC-Ladesäulen und Multicharger, werden deutlich größere Querschnitte von 50 Quadrat und mehr benötigt. Aufgrund der hohen Leistungen ist Daisy-Chain hier nur schwer umsetzbar. Die Ladesäulen werden daher meist einzeln angeschlossen. Egal welcher Leitungsquerschnitt, in jedem Fall muss das einspeisende Kabel trocken in das Gehäuse der Ladestation geführt werden. Dies erfolgt bei großformatigen Stationen meist durch das Erdreich von unten in das Gehäuse. Wallboxen hängen hingegen an der Wand oder werden auf einem Standfuß oder einer Standsäule montiert. Entsprechend sind die Kabeleinführungen im Außenbereich der Witterung ausgesetzt. Kabelverschraubungen von Phoenix Contact sind eine bewährte, robuste und dichte Lösung für die Wanddurchführung, die es in verschiedenen Varianten gibt. Eine Zugentlastung ist optional integriert. Hersteller, die den Elektroinstallateuren die Installation besonders komfortabel machen möchten, können ihre Gehäuse mit Systemsteckverbindern ausstatten. Die passenden Steckverbinder können vorkonfektioniert zur Montage mitgebracht werden, sodass der Anschluss der Wallboxen auch durch angelernte Monteure erfolgen kann. Lediglich zur Inbetriebnahme muss die Installation dann von einer Elektrofachkraft abgenommen werden. Phoenix Contact bietet hier zwei Produktlösungen. QPD-Steckverbinder mit Quick-On-Schneidklemmanschluss sparen bis zu 80% Zeit bei der Konfektionierung. Eine kostengünstige Alternative sind die PRC-Steckverbinder mit Schraubanschluss. Beide Systeme sind bis 6 Quadrat einsetzbar. Nach der Kabeleinführung muss das einspeisende Kabel in der Ladestation aufgelegt werden. An diesem Punkt kommen wir zu einer wichtigen Unterscheidung im Aufbau von Ladestationen, der Bestückung. Diese kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Der Vorteil der Tragschienenmontage liegt in der Nutzung von Standardkomponenten und deren individueller, bedarfsgerechter Zusammenstellung. Dies ist mit manuellem Montage- und Vertratungsaufwand und einem gewissen Platzbedarf verbunden. Die Technik ist generell sehr robust und auf Langlebigkeit ausgelegt und im Wartungsfall können einzelne Komponenten einfach ausgetauscht werden. Daher ist diese Variante zum Beispiel bei öffentlichen AC-Ladesäulen als auch bei großen HPC-Schnellladern in Ladeparks üblich. Die Leiterplattenbestückung, auch Einplatinenlösung genannt, hält bei Wallboxen mit hohem Volumina zunehmend Einzug. In der Massenfertigung wird ein hoher Automatisierungsgrad erreicht, der zur Kostensenkung beiträgt. Zudem kann besonders kompakt gebaut werden. Der Nachteil, Reparaturen wären unwirtschaftlich. Statt der defekten Einzelkomponente muss meist die gesamte Wallbox ausgetauscht werden. Phönix Contact bietet für beide Bestückungsarten die passende Verbindungstechnik. Im Fall der Tragschienenmontage können entsprechende Reihenklemmen des Clipline Complete Programms für alle erforderlichen Querschnitte genutzt werden. Speziell beim DC-Laden, also im oberen Leistungsbereich, kommen Hochstromklemmen für Querschnitte bis zu 240 Quadrat zum Einsatz. Für die Einspeisung auf der Platine stehen die Leiterplattenklemmen des CombiCon Power Programms bereit. Die LPT-Familie mit Hebelanschluss ist hier eine schnelle und komfortable Lösung für Leitungen mit 6 und 16 Quadrat. Nach der Einspeisung muss die Energie innerhalb der Ladestation an die Elektronikkomponenten verteilt werden. Man unterscheidet zwischen Rangieren und Potenzialverteilung. Beides erfolgt bei der Leiterplattenlösung direkt über die Leiterbahn. Hier sind also keine weiteren Komponenten erforderlich. Im Falle der Tragschienenmontage kommen zum Rangieren die Reihenklemmen des Clipline Complete Sortimentes zum Einsatz. Wahlweise mit werkzeuglosen Push-in-Anschluss, aber auch in allen anderen Anschlusstechniken, zum Beispiel Schraubanschluss. Steckbrücken und das vielfältige, einheitliche Zubehör unterstützen die effiziente Verdrahtung. Für die Potenzialverteilung bieten sich besonders die platzsparenden PT-Fix-Verteilerblöcke an, die in verschiedenen Farben sowie für unterschiedliche Querschnitte und Polzahlen eine zügige Verdrahtung ermöglichen. Die Kommunikation zwischen Ladestationen, Nutzern, Betreibern und weiteren Akteuren erfolgt teils drahtlos, teils drahtgebunden. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Bei der drahtgebundenen Anbindung muss zunächst das Datenkabel, meist ein Ethernet-Kabel, trocken in die Ladestation geführt werden. Hier können dieselben Kabelverschraubungen genutzt werden, die auch schon bei der Einspeisung zum Einsatz kommen. Abhängig davon, ob das Kabel vorkonfektioniert eingesetzt oder vor Ort individuell abgelenkt und konfektioniert wird, ist auf eine entsprechende Durchführungsmöglichkeit zu achten. Datenkabel kommen nicht nur bei der Anbindung von Ladestationen zum Einsatz. Auch innerhalb der Ladestationen werden häufig Komponenten zur Datenübertragung miteinander verbunden. Gängig sind hier RJ45-Patchkabel für drahtgebundene Ethernet-Verbindungen sowie Koaxialkabel zum Anschluss von WLAN- und Mobilfunkantennen. Phoenix Contact bedient all diese Datenanschlüsse und Steckgesichter. Sowohl mit vorkonfektionierten Datenkabeln, auf Wunsch auch individuell gefertigt, aber ebenso mit einzelnen Datensteckern, Meta-Ware und passendem Werkzeug zum Selbstkonfektionieren. Diese Komponenten sind im hochwertigen Industriestandard erhältlich und bieten daher die nötige Zuverlässigkeit. Schließlich wird für jedes Datenkabel eine entsprechende Anschlussbuchse in oder an der Ladestation benötigt. Erfolgt die Ethernet-Anbindung einer Ladesäule über eine starre Installationsleitung, so ist diese zunächst an einen RJ45-Patchpanel anzuschließen. Das Patchpanel sitzt auf der Tragschiene und übergibt das Ethernet-Signal an flexible Patchkabel, die innerhalb der Ladestationen eine strukturierte Verkabelung erlauben. Zudem sorgt die integrierte Schirmung für eine zuverlässige Datenübertragung, was insbesondere in kommerziellen Ladestationen ein wichtiger Aspekt ist. Für die Leiterplattenbestückung von Wallboxen haben wir natürlich auch RJ45- und Coaxial-Buchsen im Portfolio. Service und Wartung mit teils vorausschauendem Austausch stark beanspruchter Komponenten spielen bei kommerziellen Ladepunkten eine wichtige Rolle. Wartungsanschlüsse erleichtern die Arbeit des Servicetechnikers, indem sie den schnellen Anschluss und die Versorgung externer Geräte ermöglichen. Steckdosen bieten den Technikern auch an abgelegenen Standorten eine Stromversorgung für mitgebrachte Geräte, wie zum Beispiel Notebooks. Mit der EU-Familie bietet Phoenix Contact passende Steckdosen für die Tragschienenmontage. Eine USB-Service-Schnittstelle wird häufig genutzt, um die neueste Firmware oder auch kundenspezifische Applikationssoftware auf die Ladestationen aufzuspielen. Bei Ladestationen mit Tragschienenkomponenten besitzt meist die Ladesteuerung bereits eine USB-Schnittstelle. Bei Wallboxen auf Platinenbasis werden diese direkt implementiert. Entsprechende USB-Buchsen für die Leiterplattenmontage führen wir ebenfalls im Sortiment. Letztlich wird die Ladesäule im Betrieb vom Nutzer ans Fahrzeug angeschlossen. Zur sicheren Übertragung des Ladestroms sind unterschiedliche Komponenten erforderlich. Von der Infrastruktur-Ladedose über Ladekabel bis hin zur Fahrzeug-Ladedose bieten wir mit Sharks Connect vielfältige Lösungen. Diese werden in der Funktionseinheit Laden näher beschrieben. Insgesamt bietet Phoenix Contact ein komplettes Programm an Verbindungstechnik, um Power und Daten zuverlässig und effizient an die Ladestationen anzuschließen.